Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch die Blu-ray von An American Werewolf in Paris vorstellen. Diese wurde am 8.7.2022 von Turbine Medien veröffentlicht. Somit wurden von diesem Label alle beiden American Werewolf Filme, also London und Paris, auf den Markt gebracht. Und auch beide digital remastered. Dann hier einmal der Buchrücken. Und die Rückseite. Dort haben wir einige Szenenfotos, die Inhaltsangabe und die technischen Daten. Als Extras bekommen wir hier ein Audio- und Videokommentar vom Regisseur, eine Workprintfassung, das alternative Ende, ein Featured, das Making-of, das Musikvideo Maus von Bush, auch mit Making-of, Interviews mit Cast und Crew und die Trailer dürfen natürlich nicht fehlen. Und fehlen darf jetzt auch nicht das Auspacken des Films. Und das ist das Auspacken des Films. Und das ist das Auspacken des Films. So, dann hier einmal das Cover aus der Nähe. Und auch die Rückseite. Hier einmal dann auch die Scheibe. Und dann machen wir das Ganze mit dem Wendecover mal. Auch dieses einmal aus der Nähe. Und auch da nochmal die Rückseite. So, und dann schaue ich mir den Film jetzt erstmal an und werde euch dann meine Meinung dazu kundtun. So, und da bin ich wieder. Und bevor ich meine Meinung kundtue, hier für alle, die den Film noch nicht kennen sollten, einmal eine kurze Inhaltsangabe. Seraphine stürzt sich vom Eiffelturm. Kurz vor dem Aufprall rettet sie Bungie-Jumper Andy mit einer waghalsigen Aktion. Für den amerikanischen Urlauber ist es lieber auf den ersten Blick. Doch Seraphine weist ihn zurück. Sie hütet ein dämonisches Geheimnis. Andy und seine Freunde wollen das Mysterium lösen. Sie gelangen auf eine wilde Vollmondnacht-Party der Wärwölfe von Paris. Die sind im Blutrausch und empfachen ein Schlachtfest. Andy entkommt mit einer Bisswunde. Doch spürt er, dass er nicht mehr derselbe ist. So, und jetzt zu meiner Meinung. In dem Film habe ich das letzte Mal Anfang 2000 gesehen. Also vor mehr als 20 Jahren. Und so wirklich Erinnerungen habe ich nichts mehr gehabt. Außer, dass es irgendwie so ein Geschmäckle gab. Aber wenn mich einer danach gefragt hätte, hätte ich nur mit den Achsel zucken können. Ich weiß es nicht mehr. Beziehungsweise wusste es nicht mehr. Aber dazu später. Denn, wie erwähnt, ich habe ihn mir jetzt wieder angesehen. Und wir fangen mal mit dem Positiven an. Der Film macht Laune und ist kurzweilig. Wir halten hier eine schöne kleine Horrorkomödie. Die Witze mögen zwar nicht mehr alle zünden. Aber American Werewolf in Paris ist 25 Jahre alt. Sodass der eine oder andere Joke nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Aber mich stürzt nicht. Was die Darsteller betrifft, kann man nur sagen, dass sie ihre Aufgabe voll erfüllen und auch in gewissen Grade glaubhaft rüberkommen. Vor allem die beiden Hauptdarsteller sind super sympathisch. Und auch wenn ihr mich steinigt. Ich mag diese beiden Charaktere lieber als die im Vorgänger. Auch finde ich die Handlung von dem Pariser Werwolf doch ein Tacken interessanter als die seines Londoner Kollegen. Und nun zum Negativen. Wir haben ja einen Horrorfilm, der einige Gewaltspitzen hat. Was per se absolut okay ist. Ist ja schließlich ein Horrorfilm. Aber was bei mir das zu Beginn erwähnte Geschmäckle verursacht hat, ist die wechselnde Qualität der Effekte. Hat der Londoner Wolf noch einen Oscar für die besten Special Effects bekommen, dürfte das bei dem Pariser Wolf nicht auch nur ansatzweise in Betracht gezogen worden sein. Wir bekommen zwar hier einige schöne praktische Effekte präsentiert, die wirklich nett anzuschauen sind. Aber wenn wir hier einen Werwolf in ganzer Pracht präsentiert bekommen, stammt dieser aus dem Computer. Einen Computer aus Ende der 90er. Und diese CGI erinnert mehr an die Grafik einer Playstation 2 als an einen gehobenen Kinofilm. Es ist so, als hätte The Asylum während der Post-Production die Effekte übernommen. Und es mag sein, dass es mir nur so vorkommt, weil man heute ganz anderes gewohnt ist. Aber ganz ehrlich, selbst 1997 sahen diese Effekte schon alles andere als gut aus. Als Fazit darf ich sagen, dass mir dieser Film wesentlich besser gefallen hat, als ich erhofft habe. Und auch das Geschmäckle ist nicht mehr so da. Was mich damals irritiert und aus dem Film rausgeholt hat, sehe ich heute als amüsant an und verstärkt bei mir nur noch den Part der Komödie. Somit hat sich die neue Sichtung für mich auf alle Fälle gelohnt und der Kauf wieder auf keinen Fall bereut. Für Komplettisten sei der Film auf jeden Fall erwähnt und für die, die den alten Film lieben und sich durch nicht ganz so gelungene Special-Effekte schnell aus einem Film rausholen lassen, kann ich nur sagen, lasst die Finger davon. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse. Lasst gerne ein Abo oder Like da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.